Das Ende der Karte! Oh nein! Das ist Sparta! Und ich würde sagen, fanget einfach mal an, je! Da kommt jetzt immer so ein kleiner Gnom, die kann man einfach weghauen. Hey, Bragan, gib mir deine Axt. Jetzt kann man irgendwie auf Rechtsklick, kann man so einen Speedboost ein- Und dann liegen hier anwenden und hier liegen überall so Fläschchen rum. Jetzt habe ich so ein Schwertchen. Hey! Also ich bin nicht gut in dem Spiel. Wie eigentlich in keinem Spiel. Ich bin in keinem Spiel gut. Wenn ihr gute Let's Play sehen wollt, dann müsst ihr eh zum Max. Ich bin in den Top Ten. Oh. Ich war in den Top Ten. Mist. Naja. Ja. Ich habe irgendeinen getötet. Ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. Hey, Bragan. Bragan. Bragan, Bragan, Bragan. Ich heiße irgendwie Balin. Bin ich dieser komische Zwerg aus Herdering? Ja, Mann. Nein. Ich... Ja, ich hab's. Was passiert, wenn ich den töte? Oh, falscher Knopf. Jetzt habe ich das Messer weggeschmissen. Toll! Ihr Behinderten-Wichser! Ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt wurde ich gerade ernsthaft von so einem kleinen Spasten umgenietet. Und bin dann... Hab gerade in dem Moment meine Mine gezündet. Toll! Ihr Behinderten-Wichser! Oha! Übertreib! Übertreib! Ah, getötet! Getötet! Ich töte euch alle! Weg! Was willst du denn? Was willst du eigentlich? Hä? Hä? Können wir uns nicht töten, oder was ist los? Aber ich glaube, wir raffen's beide nicht. Ah, richtig geil war das denn gerade. ich glaube ich kann nur die töten mit dem roten kreis und ich habe ja ein grün ja hier sieht man es ja auch die roten sind feinde die grünen sind freunde jetzt geht mir langsam ein licht auf ein haufen gegner ja ein haufen gegner was was da falsche richtung nein diese schreit da so schreiten da so ich glaube das spiel ist relativ neu hier aber es macht echt laune also es ist echt witzig oh gott nein mein bar die erstürzt oh gott ich sterbe ich sterbe ich will hier weg was ich glaube mit dem bär darf man sich nicht anlegen der tötet alle sozusagen komm her ja wir sind ein gutes team bombo und keeley und haka klar und noch mehr und da ist noch neu auch mal nicht hin da gerade irgendwie hallo geil ja 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 ich töt euch irgendwann noch alle ja komm her komm her komm her ja ich bin einfach so unbesiegbar 262 punkte was willst du eigentlich bin platz 1 platz 1 ich bin der unbesiegbare bali ja ich hab kein trank mehr was denkst du wer du bist was denkt ihr wer ihr seid wer bist du wer du denkst das ende der karte oh man jetzt habe ich mich selber gekillt ey oh komm aber ich habe noch einen mit dem tod gerissen immerhin das ist ja ärgerlich gewesen ich habe 613 punkte ich glaube damit höre ich auf mit diesem part also es hat echt bock gemacht das spiel schaut da mal rein wild.io und falls es euch gefallen hat lasst natürlich ein daumen nach oben da unten abo und kommentare und alles ich bin so gut drauf das spiel hat echt bock gemacht wahnsinn bis dann macht's gut euer barney haut rein tschau